Wussten Sie eigentlich schon, dass es einen ganz tollen Trick gibt, wie man einen Warmschrumpfschlauch von der Leitung lösen kann, ohne dabei das Risiko einzugehen, die Leitung zu beschädigen? Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen gleich in diesem Video. Herzlich willkommen in der Hellermann-Tyton-Academie, dem Workshop für echte Profis. Wenn Sie zum ersten Mal auf unserem Kanal sind, dann klicken Sie unten auf Abonnieren und auf die Glocke, damit Sie zukünftig nichts mehr verpassen und Ihr Kabelmanagement optimieren. Wussten Sie eigentlich, dass Schrumpfschlauch eine ganz besondere Eigenschaft hat? Und zwar, er hat eine Art Gedächtnis. In diesem Zustand wird er produziert. Danach wird er gedehnt und geweitet und wenn man ihn dann wieder erhitzt, will er zurück in seine Ursprungsgröße. Genau diese Eigenschaft machen wir uns zunutze. Als erstes schneiden wir ganz vorsichtig den Rand des Schrumpfschlauchs ein. Und jetzt, Safety first. Ich habe große Henne, darum muss ich mich da ein bisschen reinzwingen. Aber das kriegen wir hin. Schutzbrille und jetzt zeige ich Ihnen, wie das geht. Wir erwärmen den Schrumpfschlauch genau an der Stelle, wo wir ihn eingeschnitten haben. Und schon beginnt er zu reißen. Und wenn er anfängt, dann einfach mit der Heißluftpistole Schritt für Schritt ein Stück weiter gehen. Weiter gehen, weiter gehen. Und Sie sehen, wie das herrlich aufreißt. Ohne Kraft davon, ohne Messer, ohne jeglichen Aufwand. So einfach löst sich der Schrumpfschlauch wieder von der Leitung. Schauen Sie mal, wie schnell das geht. Geschafft! Ich sage also immer meinen Kollegen, passt bitte ganz besonders auf, wenn ihr Schrumpfschlauch von der Rolle runterschneidet. Warum? Weil das ist der entscheidende Moment. Und jetzt einmal einen sauberen, kompletten Schnitt. Wenn Sie hier so einen kleinen Schnitt reinmachen, das wäre die Schwachstelle, wo der Schrumpfschlauch sofort reißen würde. Speziell bei schwierigen Anwendungen empfehlen wir die Verwendung von Innenkleber. Ich zeige Ihnen mal hier in diesem Formteil. Hier ist der Innenkleber bereits enthalten. Das bedeutet, nach der Hitzung schmilzt er und geht eine feste Verbindung mit dem Kabel ein. Am Schluss möchte ich Ihnen noch etwas empfehlen. Wir haben zwei ganz tolle Kollegen in England, Barry und Mark, die haben gerade zu dem Thema Warmschrumpfschlauch, Formteile schrumpfen, genau dazu zahlreiche Videos gemacht, die Sie bestimmt interessieren. Darum klicken Sie nach oben auf den Link, um sich diese Videos anzusehen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir ein Like. Ansonsten bis zum nächsten Mal in der Hellermann-Titon-Akademie, dem Workshop für echte Profis. Vielen Dank.